Musik Wir haben uns heute vor allem über das Thema Migrationspolitik unterhalten. Man kann eines sagen, Österreich hat sich in Europa, was das Thema Migration betrifft, fast zu einem Vorbild entwickelt. Ich sage es deutlich, natürlich sagen wir ja zu Humanität, zu Menschlichkeit und Hilfe, aber nein zu einer völligen Überforderung. Deswegen nochmal unsere klare Forderung, ein Deutschland-Pakt gegen unkontrollierte Zuwanderung, sicher viele der Maßnahmen, die Österreich getroffen hat, zum Vorbild zu nehmen und dann am Ende auch eine verbesserte Situation für unser Land zu haben. Gerechtigkeit auf der einen Seite, Hilfe ja, aber eben auch eine restriktivere Anwendung gegenüber der unkontrollierten Zuwanderung in unser Deutschland und Bayern. Es gibt eine enge und sehr intensive Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von österreichischer Seite mit dem Bayerischen. Darüber hinaus gibt es natürlich diese intensive polizeiliche Kooperation und Zusammenarbeit auch in der Frage im Kampf gegen die irreguläre Migration, da vor allem gegen die organisierte Kriminalität, gegen die Schleuser. Bayern ist für uns über das Sicherheitsthema hinaus ein wichtiger Partner, ein wichtiger Nachbar. Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Projekte.